Vielen Dank. Ich fühle mich herausgefordert und geehrt zugleich. Also geehrt deswegen, weil ich nach Herrn Professor Heckmann, nach Herrn Professor Ladöhr jetzt auch noch sprechen darf, herausgefordert, weil ich nach Herrn Professor Heckmann und nach Herrn Professor Ladöhr sprechen darf und es jetzt gar nicht so leicht ist. Zum Glück, Falk hat er schon gesagt, bin ich kein Jurist, sondern Soziologe. Insofern werde ich tatsächlich, glaube ich, eine etwas andere Perspektive jetzt auf das Thema wählen, obwohl manche Gedanken jetzt gerade schon angeklungen sind. Also ich habe mir bei einigen Gedanken jetzt auch in der Diskussion gerade gedacht oder gewünscht, ich könnte nochmal in die Präsentation gehen und gleich sozusagen Dinge einbauen. Aber vielleicht ist so ein bisschen Redundanz oder Doppelung von Perspektiven gar nicht schlecht. Auch bei mir der Zeit geschuldet, erwarten Sie bitte keine große Theorie von allem, sondern in der Tat nur, wie es im Untertitel heißt, einige soziologische Anmerkungen zu den Themen Identität und Privatsphäre. Ich möchte so in der knappen Viertelstunde im Prinzip vier Gedanken in so einem Argumentationsgang entfalten. Erstens unter Rückblick auch auf soziologische Klassiker nochmal deutlich machen, dass Identität oder das Selbst sich immer nur in sozialen Situationen herausbildet. Zweitens, dass daraus folgt, dass so eine Zwiebelschalenvorstellung von Privatsphäre als eingekapselt in immer weiteren Sphären von Öffentlichkeit nicht angemessen ist, weil wir immer von konkreten sozialen Situationen, die auch quer sozusagen zu solchen Zwiebelschalenmodellen liegen können, das Ganze denken müssen. Ich will dann den Begriff, der jetzt auch schon bei beiden kam, der informationellen Selbstbestimmung nochmal rausgreifen. Ich möchte ihn versuchen, aus dem juristischen Fachdiskurs herauszulösen. Unabhängig jetzt von dem, wie ich fand, sehr anregenden Gedanken, ob dieser Begriff überhaupt noch trägt, wenn man ihn so nach dem klassischen Modell des Datenschutzes verwendet. Ich möchte ihn als Leitbild, als Praxis und als Kompetenz kurz diskutieren und möchte dann am Ende auch selber normativ werden und möchte ihn zurufen, wer also in dieser Hinsicht von all dem vom Kontrollverlust spricht, der kapituliert voreilig. Ja, ich meine Sie, Herr Seemann. Ich möchte Sie kurz mitnehmen in die Zeit der Schwarz-Weiß-Fotografie, indem ich auf einige Klassiker der soziologischen Identitätstheorie zurückgreife. Nochmal, der Gedanke, der also einem Soziologen ganz selbstverständlich ist, Identität, also das, was wir als das Ureigenste der eigenen Person eigentlich erfassen, ist ohne andere, ohne andere Menschen nicht möglich. Das wissen wir zum Beispiel von Charles H. Cooley, der schon in der Wende zum 20. Jahrhundert diese Metapher des Looking-Class-Self gebraucht hat. Er hat also den Gedanken sozusagen ausgearbeitet, dass der Mensch seine eigene Identität immer nur im Spiegelbild der anderen sehen kann, also was man heute vielleicht als Selbstbild und Fremdbild fassen würde. George Herbert Mead in den 20er Jahren hat nochmal etwas stärker und etwas komplizierter herausgearbeitet, wie das Selbst nur im Wechselspiel von Me und I entsteht. Me oder das I ist für ihn das innere Ich, das, was sozusagen wirklich im Kopf des Einzelnen drin ist. Das Me ist das Ich, wie es von anderen wahrgenommen wird. Beides zusammen bringt erst das eigene Selbst, die eigene Persönlichkeit hervor. Und genau dadurch ist Identität auch nie statisch, sondern wird eben ständig durch Interaktionen und durch die Reflexionen, die beim Einzelnen darüber ablaufen, durch den Abgleich vielleicht auch von Selbstbild und Fremdbild, werden die Identität auch beständig produziert oder reproduziert. In der Hinsicht ist Georg Simmel, ein weiterer klassischer Soziologe, ganz interessant, weil er im Prinzip Gedanken der heutigen Netzwerkgesellschaft schon vorhergenommen hat, weil er herausgearbeitet hat, dass Individualität, also das Leitbild auch moderner Gesellschaften, jeder soll seine eigene individuelle Identität schaffen, dass die nur dadurch entstehen kann, dass wir in modernen Gesellschaften in einer Vielzahl von, er nennt es sozialen Kreise eingebunden sind. Heute würden wir sagen, dass jeder Mensch ein ganz eigenes spezifisches Netzwerk an Rollen und Rollenbeziehungen hat. Und es ist genau diese für jeden Einzelnen sozusagen einzigartige Kombination von Rollenbeziehungen, die eben die menschliche Individualität ausmacht. Und schließlich noch der letzte, Irving Goffman, auch hier ein Schwarz-Weiß-Bild, obwohl er, glaube ich, in den 60er Jahren, da hätte es vermutlich schon Farbfotos gegeben. Er hat sehr schön, finde ich, herausgearbeitet, wie das Herausbilden von Identität in Interaktionssituationen vonstatten geht, in denen Menschen immer so etwas leisten müssen wie Impression-Management, Eindrucksmanagement im Deutschen, weil Menschen in sozialen Situationen immer Aspekte ihrer selbst sozusagen dem anderen offenbaren. Das machen wir teilweise bewusst. Bewusst kann aber auch durchaus routinisiert sein. Also wir denken nicht zum Beispiel bestimmte routinisierte Formen der Kleidung, wenn wir auf einen Vortrag gehen oder der Kleidung, wenn wir ins Fußballstadion gehen. Die nennt Goffman die Cues Given. Also das, was man sozusagen bewusst, mehr oder weniger bewusst von sich preisgibt. Er weist aber auch darauf hin, dass Identitätsmanagement oder Impression-Management auch sehr viel mit den unbewussten Hinweisen zu tun hat, die wir abgeben. Den Cues Given Off. Also das, was wir in Face-to-Face-Situationen zum Beispiel durch Körperhaltung, durch nonverbale Kommunikation auch kommunizieren, ohne dass wir es in dem Sinne kontrollieren können. Also einmal da ein wichtiger Gedanke, dass Identitätsbildung immer auch etwas mit sozusagen dem Signalisieren, dem bewussten und unbewussten Signalisieren von Informationen zu tun hat. Und vielleicht auch für unseren Zusammenhang noch interessant, die Metaphern der Vorderbühne und der Hinterbühne, mit denen Goffman wirklich in Analogie auch zum Theater darauf hinweist, dass wir gerade in Situationen der Öffentlichkeit, ich meine jetzt nicht die journalistische Öffentlichkeit, sondern auch solche sozialen Situationen, dass es da eben Vorderbühne gibt, auf der wir unsere Rolle spielen, auf der wir auch auf Erwartungen reagieren, die wir meinen erfüllen zu müssen oder die wir eben erfüllen wollen. Und es gibt die Hinterbühne, das ist das, was dann eben dann hinter den Kulissen passiert, wo wir uns möglicherweise, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, im Kreis der Referenten nachher austauschen, wie unglaublich langweilig das Publikum noch war und wie doof die Fragen waren, die sie gestellt haben. Das würden wir hier vorne natürlich nie sagen, aber auf der Hinterbühne könnten wir das, ohne aus unserer Rolle als Referenten zu fallen, könnten das durchaus tun. Wir würden es natürlich nicht tun, wenn wir wüssten, dass die Kamera immer noch läuft und allein der Umstand, dass wir wissen, dass diese Kamera uns heute aufzeichnet und dass unsere Vorträge auf YouTube zu landen sind, hat wohl dazu geführt, dass wir auch in unseren Vorträgen schon auf so manche Spitzen verzichten. Herr Heckmann hatte das vorhin sogar extra angekündigt, dass man eben bestimmte Dinge vielleicht nicht sagt, die man sonst im Vortrag sonst gesagt hätte. Gut, also das als kurzer sozusagen Parfumsgritt durch zumindest einige Klassiker der soziologischen Identitätstheorie. Was heißt das denn? Das heißt eine ganze Menge. Für den Kontext meines Vortrags heißt das vor allem, dass wir Identität eben als nichts Statisches begreifen können, sondern, wie es hier ein britischer Soziologe ausgedrückt hat, als einen andauernden Prozess, als etwas Fluides, also Identität als etwas, die immer sozusagen unter Konstruktion ist. Und, finde ich sehr schön, Identity is something we do rather than simply something we are. Also der Performance-Gedanke, dass Identität vielleicht auch in Anlehnung an das, was Herr Kapoor gerade auch in seinem Kommentar noch zum Ausdruck brachte, dass wir eben auch immer Identität erst sozusagen herstellen durch unsere alltäglichen Interaktionen. Unter solchen Bedingungen sind eben so Konzepte von Privatsphäre als Rückzugsraum, wo wir ganz wir selbst sein können, als Schutzraum sozusagen, als Schutz vor der Öffentlichkeit, vor sozialen Interaktionen, ist eben ein problematischer Gedanke. Also sozusagen so darf man sich Privatsphäre einfach nicht vorstellen. Und zwar ist es zweifach problematisch. Zum einen, weil es eben solche Zwiebelschalenmodelle nahelegt, also dass man sozusagen unterschiedliche Bereiche von Öffentlichkeit oder Privatheit hätte. Aber nein, da würde ich sagen, das ist eben etwas, wir entscheiden uns nicht aus der Privatsphäre in eine Sphäre der Öffentlichkeit zu gehen, sondern wir entscheiden immer bewusst in spezifischen Situationen und vor allem in spezifischen Rollenkontexten, was wir denn jetzt von uns preisgeben möchten als Cues Given, also als Signale, die wir sozusagen aussenden, um etwas über uns selber mitzuteilen. Und es ist zweitens problematisch, das Konzept eben, weil Privatsphäre nicht einfach so da ist und sozusagen wie das Zimmer zu Hause, in das wir reingehen und dann haben wir unsere Privatsphäre. Nein, Privatsphäre muss auch, genau wie Identität, immer wieder aktiv, beständig hergestellt werden. Sie muss gewährleistet werden. Das heißt auch hier so etwas wie, ähnlich wie Doing Identity, könnte man von Doing Privacy sprechen, dass wir als Menschen eben die Privatsphäre auch immer selektiv und situationsspezifisch herstellen, indem wir in ganz konkreten Situationen kontrollieren, was wir über uns selber jetzt dem jeweiligen Publikum in Anführungsstrichen preisgeben möchten. Wie kommt jetzt dieser Begriff der informationellen Selbstbestimmung ins Spiel? Nur ich denke, dass der auch aus einer soziologischen Perspektive durchaus besser geeignet ist, um dieses sozusagen dieses problematische Konzept der Privatsphäre auch auf digitale Medien zu übertragen. Ich hatte schon gesagt, ich möchte informationelle Selbstbestimmung so ein bisschen aus diesem Diskurs des Datenschutzes und des Rechts, bitte nicht als Beleidigung empfinden, aber ich möchte es sozusagen herauslösen, auch um es als Konzept für andere Kontexte und Diskurse nutzbar zu machen, weil ich es für ein sehr sinnvolles und nach wie vor sehr wichtiges Konzept halte. Es ist erstens meiner Ansicht nach steckt da ja einmal dieses Normative drin, das Sollen. Also informationelle Selbstbestimmung ist ein Leitbild. Es ist in der verfassungsmäßigen Ordnung, das ist durch das Bundesverfassungsgericht sozusagen formuliert worden. Es ist in Datenschutzregelungen spezifiziert. Es ist vor allem aber, und das ist für mich ganz wichtig, meines Erachtens als diffuse Erwartung eigentlich bei den allermeisten Nutzerinnen und Nutzern vorhanden. Selbst wenn sie es nicht informationelle Selbstbestimmung nennen, aber der Gedanke, dass ich kontrollieren möchte, was ich wem gegenüber preisgebe, ist, glaube ich, eine gesellschaftlich unglaublich weit verbreitete normative Haltung. Zweitens kann man mit dem Begriff sich den konkreten Praktiken nähern. Informationelle Selbstbestimmung ist nicht nur etwas, was sein sollte, es ist auch etwas, was wir tun. Und wir machen es mehr oder weniger gut, mehr oder weniger reflektiert. Und manchmal, Schrägstrich oft, scheitern wir auch dran. Siehe die, wie hieß sie, Tessa in Hamburg, die irgendwie den 16. Geburtstag feiern wollte und mehrere tausend Jugendliche kamen. Also sie hat sich ja darin gescheitert, dass sie eben in dem Fall kontrollieren konnte, oder sie wollte kontrollieren, wer zu ihrem Geburtstag kommt. Na, sie hat halt das Häkchen falsch gesetzt. Aber Menschen, in dem Moment, wo sie sich auch in den sozusagen vernetzten Öffentlichkeiten, auch den persönlichen Öffentlichkeiten des Social Web bewegen, die ja anders funktionieren als journalistische Öffentlichkeit, praktizieren Menschen informationelle Selbstbestimmung mehr oder weniger gut. Und das mehr oder weniger gut verweist schon drauf, hier ist der Schriftsatz etwas zu groß, dass informationelle Selbstbestimmung auch etwas ist, was man können müsste, können sollte. Es ist eine Kompetenz auch. Es fordert eigenständiges Wissen, eigenständige Fertigkeiten. Herr Ladeur hatte, ich glaube, sie beide hatten ja auch darauf hingewiesen, dass informationelle Selbstbestimmung ja auch durchaus bedeuten kann, dass man bewusst Daten von sich sozusagen, meinetwegen Facebook, übergibt, weil man sagt, ich finde diesen Tausch okay, der da stattfindet. Ich kriege eine Dienstleistung, dafür kriegt ihr bestimmte meiner Daten. Aber es ist eben notwendig, dass man als Nutzer das auch abschätzen kann. Da kommen Gedanken der Transparenz wieder ins Spiel, dass man also sozusagen zumindest über die grundsätzlichen Fertigkeiten und auch das Wissen verfügt, zum Beispiel, welchen Wert die eigenen persönlichen Daten hat, um beispielsweise auch diesen Tausch einschätzen zu können. Insofern fand ich auch wieder den Gedanken oder die Analogie zum geistigen Eigentum ganz interessant, weil es ja durchaus auch dann sein kann, dass ich eben einschätzen kann, dass bestimmte meiner persönlichen Daten möglicherweise einem bestimmten Anwender mehr oder weniger wert sind und ich könnte dann ja anfangen zu handeln. Wenn ich nochmal diesen mittleren Gedanken, informationelle Selbstbestimmung als Praxis wiederum auf die, sozusagen auf Identität und auf sozusagen den selektiven Zugang zum Selbst beziehe, dann kann informationelle Selbstbestimmung eben zum einen bedeuten, dass ich in bestimmten Situationen bewusst reflektiert oder routinisiert persönliche Informationen preisgebe, um zum Beispiel mich in bestimmten sozialen Netzwerken, sozusagen um Reputation zu erlangen, um mich zu positionieren als wissenschaftlicher Experte oder als jemand, der besonders gut über Tokio Hotel Bescheid weiß oder als jemand als A, B oder C Prominenz. Das ist ja alles erstmal egal. Es geht darum, dass man eben über informationelle Selbstbestimmung auch in digitalen Medien Identitätsbildung erreichen kann. Es kann aber auch weitergehen und da kommen dann sozusagen überindividuelle Zwecke ins Spiel. Informationelle Selbstbestimmung kann bedeuten, dass ich bestimmte Informationen von mir preisgebe, um kollektives oder soziales Handeln zu koordinieren oder auch ganz allgemein an gesellschaftlichen Belangen teilhabe. Hier als Beispiel, das soll das ein bisschen verdeutlichen, indem ich meine politische Meinung eben auch auf Facebook deutlich mache, durch einen Anti-Atomkraft-Sticker, kann ich eben auch da an gesellschaftlichen Diskursen teilhaben, zumindest indem ich halt meine, sozusagen meine politische Haltung ausdrücke. Gleichzeitig bedeutet aber im Kontext von Identitätsbildung, informationelle Selbstbestimmung unter Umständen auch den Schutz, den Rückzug, die Kontrolle. Und das ist ganz wichtig. Das kann je nach Situation die Kontrolle vor durchaus mir bekannten, spezifischen anderen sein. Ich glaube, das Beispiel von den Teenagern für die Privatsphäre vor allem heißt Schutz vor den Eltern oder den älteren oder jüngeren Geschwistern, ist in der Hinsicht gemeint, aber auch meinetwegen der Schutz der Privatsphäre vor dem googelnden Personalchef. Andersrum oder in anderen Situationen kann es aber der Schutz vor dem unspezifischen sein, gerade vor der mir unbekannten Öffentlichkeit von Informationen, von denen ich nicht will, dass sie potenziell jeder sieht, vor allem die Leute, die ich nicht kenne oder die mich nicht kennen. Ähnliches Beispiel der Voyeur. Also auch hierfür sind natürlich Kompetenzen und Fertigkeiten der informationellen Selbstbestimmung und auch ein Kontext notwendig, um mich zum Beispiel in solchen sozialen Situationen zu schützen. Gut, wenn das sozusagen, wenn so diese soziologischen Annahmen stimmen, dann ist natürlich die Frage, ist das überhaupt alles realistisch? Also haben wir denn, ist es denn realistisch, von informationeller Selbstbestimmung auszugehen? Haben wir denn überhaupt diese Kontrolle noch? Und die, also eine sehr interessante und auch sehr wichtige Debatte wird im Moment ja gerade unter diesem Schlagwort des Kontrollverlusts geführt. Ich meine, und jetzt mindestens für diese Folie provokativ, dass der Kontrollverlust ja durchaus Individualempirie sein kann, dass wir alle vielleicht Situationen erlebt haben, wo wir Kontrolle verlieren. Aber gesellschaftlich, normativ ist diese These falsch. Ich glaube nicht, dass wir die Kontrolle verlieren. Wir verzichten, und in Klammern verzichten unnötigerweise, wir müssten das nicht, wir verzichten darauf, Kontrolle ausüben zu können. Und zwar deswegen, weil wir uns vielleicht nicht bewusst oder genug bewusst machen, dass auch digitale Medien natürlich nicht vom Himmel fallen, sondern die sind ja gesellschaftlich gestaltbar, sie bleiben gesellschaftlich gestaltbar, und zwar in allen vier Strukturdimensionen, die für Regulierung von Verhalten wichtig sind in den digitalen Medien, im Recht, in den Verträgen, in der Softwarearchitektur, dem Code und in den sozialen Normen. Das ist ja sozusagen das Regulierungsviereck. Und all diese Dinge sind natürlich gesellschaftlich gestaltbar. Und zu sagen, nein, nein, wir verlieren da die Kontrolle drüber, ist, finde ich, unnötig. Und es ist nicht nur unnötig, sondern auch gefährlich, weil, das ist mein letzter Gedanke, ich fest davon überzeugt bin, dass in unserer modernen Gesellschaft das Bedürfnis nach Privatsphäre, sozusagen, das gehört zur Tiefenstruktur unserer Gesellschaften. Das ist vorhanden, das folgt daraus, dass wir in funktional differenzierten Gesellschaften in unterschiedlichen Rollenkontexten agieren und wir eben in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich viel von uns preisgeben wollen. Die Tücke ist, wenn wir die digitalen Medien als die zentrale Infrastruktur, über die wir Gesellschaft abwickeln, jetzt schon oder in Zukunft, wenn wir die nicht so gestalten, dass genau dieses Bedürfnis erfüllt wird, dann werden Menschen entweder auf die Nutzung der digitalen Medien verzichten, weil ein Grundbedürfnis, ein anthropologisches Grundbedürfnis, könnte man fast sagen, oder sozial-anthropologisches Grundbedürfnis nicht befriedigt ist, oder, und das kann unter Umständen noch gefährlicher sein, sie werden sich geschlossene Systeme suchen, in denen sie eine Illusion von Kontrolle haben. Hier kommt jetzt nochmal meine normative Position durch, dass ich das Internet als offenes Netzwerk durchaus für gut halte und es deswegen eher problematisch finde oder fände, wenn es in Zukunft so ist. Wir hatten das vorhin in dem Collab in der Diskussion, dass wir vielleicht in Zukunft in ein Haus einziehen und uns wählen können, ob wir nun die Steckdose für das sozusagen offene Internet haben wollen oder die Steckdose für das geschlossene, kindersichere Internet von AOL oder wie auch immer AOL dann heißen wird, und wo Menschen dann aus einem Bedürfnis nach Privats vielleicht eher das geschlossene System nutzen und dadurch all die Möglichkeiten, die das offene Internet im Grunde bietet, dann eben verloren wären, weil wir heute, wo wir die Rahmenbedingungen gestalten können, nicht darauf geachtet haben. Herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.